Hallo und herzlich willkommen zurück zu R&R Production, hier ist Robi und wir spielen weiter mit Genshin Impact. Das ist Part 233 und wie immer hauen wir zuerst die Ausrufezeichen weg. Oh, wir haben ein neues Event, die Suche nach dem Schatz der Läuse. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Melde dich an. Äh, Ankündigung könnt ihr leider nicht sehen. Hau ich die schnell weg. Also nur Bugs oder irgendwas. Und es müsste, ja genau, das Event. Oder die Erklärung für das Event müsste. Hier irgendwo sein und mir ca. 20 Uhr-Geschein bringen. Weil wir hauen zuerst das Event weg für den Tag. Und dann beginnen wir gleich mit dem Arkonen-Auftrag. Oh, es ist Xylonen, hallo. Oh, es ist Xylonen, hallo. Oh, wir haben nicht erwartet, dich hier zu sehen. Ihr seid es, hallo. Eigentlich treffe ich dich doch zum ersten Mal. Was sind so seltsam daran, mich an meinem eigenen Haustür zu sehen. Xylonen im Feuer geschmiedete Seele. Xylonens herausragende Schmiedekünste und ihre Titel als Namensschmieden sind in ganzen Nattnamen bekannt. Die Geschichte zu erhärten und antiken Namen zu schmieden, ist eine Aufgabe von erhabener Bedeutung. Doch abseits dessen widmet sich Xylonen auch der Schöpfung kunstvoller, nützlicher Gerätschaften. Woran auch immer sie arbeitet, Xylonen widmet sich jeder Aufgabe mit größter Hingabe, um sicherzustellen, dass jedes geschmiedete Stück von herausragender Qualität ist. Nach vollbetracht... Ah, nach vollbrachte... Eui, eui, eui. Ich brauche echte Brille. Das ist alles so klein. Nach vollbrachter Arbeit legt Xylonen Wert darauf, ihre Freizeit zu genießen und das ist für sie von größter Bedeutung. Aha. Also sie gibt 100% in allem. Freizeit, Arbeit, wahrscheinlich auch chillen. Tja, es ist nur so, dass Pyron dachte, du würdest jetzt auf einen schönen Baum liegen und dich ein paar Tage ausruhen. Wir haben schließlich gerade eine große Sache hinter uns. Ach so, Alter, ihr gebt mir... Gestern ist es in der Arconen-Quest-Auftrag rausgekommen. Und einen Tag später soll ich fertig sein, wo das Ding hier anfängt. Das Event hier. Aha, ich habe tatsächlich darüber nachgedacht. Aber alle sind noch mit ihrer Wiederaufbau beschäftigt. Es wäre falsch, in einer solchen Zeit zu faulenzen. Also es muss im Arconen-Auftrag also was richtig Heftiges passiert sein. Wenn die über Wiederaufbau reden. Du arbeitest also hier. Hier. Seht euch das an. Oh, was für ein schöner Edelstein. Er sieht sehr wertvoll aus. Ja, aber das ist noch nicht alles. Dies ist ein Phlogiston-Honigperle mit eigenartiger Musterung, die in letzter Zeit auf dem Markt sehr beliebt ist. Phlogiston-Honigperlen werden von Phlogiston-Läusen produziert und sind ganz gewöhnliche Dinge. Aber Honigperlen mit solchen Mustern sind ziemlich ungewöhnlich und es gibt nicht viele von ihnen auf dem Markt. Daher ist ihr Preis hoch. Oh, man versteht das. Wenn wir in der Wildnis auf der Suche nach Schatztron sind, bevorzugen wir auch solche mit komplexen Mustern. Hehe. Also habe ich auch ein paar für meine Sammlung gekauft und sie neben meinen Topfpflanzen gelegt. Aber das seltsame ist, dass die Pflanzen dann innerhalb weniger Tage verwelkt sind. Zuerst habe ich mir nicht viel dabei gedacht. Ich habe ja sowieso keinen grünen Daumen. Aber dann hörte ich, wie Kachina sagte, dass einige Leute im Stamm krank wurden. Die meisten von ihnen sind Kunden von Shevans Edelsteingeschäft. Auch Shevans selbst ist krank. Hä? Du meinst also, diese Krankheit hat etwas mit den Honigperlen zu tun? Das vermute ich. Also zerbrach ich eine Perle, um zu sehen, ob sie etwas Seltsames an sich hat. Dann entdeckte ich, dass sie ein wenig Energie des Abgrunds enthielt. Diese Energie ist von geringer Konzentration und von der Perle gut verpackt, sodass sie kaum wahrgenommen werden kann. Was ist mit dem Erkrankten? Wie geht es ihnen jetzt? Keine Sorge. Die niedrige Konzentration führt zu eher geringfügigen Beschwerden. Die meisten fühlen sich nur leicht schläfrig oder müde. Und Leute, die so fit sind wie ich oder Kachina, haben gar nichts gespürt. Uff, zum Glück ist es eine S-Klasse-Krise. Ist es dann nicht super gefährlich? Das S steht wohl für Schleim. Hehe, du kennst Pimer doch am besten. Zu gefährlich wie ein Schleim, der nur für gewöhnliche Leute eine Gefahr darstellen kann. Aha, ich finde, ihr beide seid wirklich gute Partner. Aber wir haben auch schon viele Menschen getroffen, die von Schleim zu Tode erschreckt worden sind. Also können wir diese Situation nicht einfach ignorieren. Das stimmt. Ich habe die Situation dem Häuptling erklärt und ihm gebeten, alle zu seltsamen Honigperlen, die auf dem Markt sind, zu sammeln und vernichten. Wir müssen uns auch um ihre Quelle kümmern. Ich stimme zu, wie ich schon sagte, würden Phlogiston-Honigperlen vom Phlogiston-Läusen produziert. Ich nehme an, dass sie die Ursache für dieses Problem sein sollten. Ich habe mich an Knitsch gewandt. Da er besser im Ermitteln ist, gestern meldete er, dass er Läuse gefunden hat, die vom Abgrund verseucht sind. Es gibt auch Spuren ihrer Anwesenheit in der Nähe der Nachkommen, der Braunkronen und der Menschen der Quellen. Also hat Knitsch auch Moor-Ulani darüber informiert. Da sie nicht so sehr an Edelstein interessiert sind, hat sie das Problem nicht so sehr betroffen. Das ist also die ganze Geschichte. Er sieht so aus, als gäbe es immer noch eine Menge Probleme, die durch den Abgrund verursacht wurden und die immer noch ungelöst sind. Wir müssen wohl gemütlich sein und uns weiter mit ihnen befassen. Wie willst du mit dem Läusen fertig werden? Ich will sie zuerst fangen. Wir können immer noch die Stufe der Kontamination durch den Abgrund entfernen. Ich will sie nicht töten, wenn wir ihnen noch helfen können. Knitsch hat die Orte markiert, an denen sie sich versammeln. Ich gehe jetzt zu einem Ort an der Nähe des Stammes. Übrigens, hast du Lust mitzukommen? Läuse fangen klingt nach Spaß, oder? Ich habe Kachita eingeladen, aber sie hat gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Du willst nur, dass dir jemand bei deiner Arbeit hilft, nicht wahr? Natürlich nicht. Ich werde mich nicht einfach auf den Baum legen und euch bei der Arbeit zusehen. Ich werde euch helfen. War nur ein Scherz. Lass uns gehen. Schön, dass du zugestimmt hast. Mit dir an meiner Seite wird es nicht mehr so langweilig sein. Dann lass uns aufbrechen. Ah, schon ein Stück? Am Eingang? Okay. Dann sagen wir doch mal Hallo. Skyward Scatter. Lass mich durch. Die Steine nehme ich mit, auf jeden Fall. Alles meins. Hier wird die Hoppe, die Hibbidi. Da ist so eine böse Laus. Hier ist es. Seht ihr das? Eine Laus verseucht durch die Macht des Abgrunds. Viel größer als eine normale Laus hier wird. Boah, was für ein riesiger Laus ist das. Ist sie denn nicht gefährlich? Keine Angst. Obwohl sich im Abgrund verseucht wurde, scheint sie ihre Verhalten überhaupt nicht verändert zu haben. Aber damit alles reibungslos abläuft, habe ich extra ein großes Insektennetz vorbereitet. Hier nimmt es. Damit fangen wir die Laus später ein. Übrigens, Kenich hat etwas Ungewöhnliches erwähnt. Er hat entdeckt, dass es eine besondere Beere gibt, die immer dort wächst, wo das Abgrundläuse zu finden sind. Sie enthält einen Giftstoff, der die Läuse lähmen kann. Wenn wir also etwas Bärensaft auf dem Netz verteilen, können wir die Läuse darin hindern, zu entkommen. Hm, die Läuse leben in der Nähe einer Beere, die sie lähmt? Wie seltsam. Das glaube ich auch. Es ist das erste Mal, dass ich von Tieren höre, die neben etwas leben, was für sie gefährlich ist. Das ist völlig unnatürlich. Könnte das Abgrundläuse-Sachen ein Komplott eines Bösewichts sein? Palmon hat gelernt, auf der Hut zu sein. Hä, auch die dümmsten Reiseführer werden erwachsen. Und Palmon war von Anfang an super schlau. Nun, wir haben einige Nachforschungen angestellt, aber nirgendwo eine Spur von menschlicher Einwirkung gefunden. Betrachten wir es also erst einmal als ein unbekanntes, natürliches Verhalten der Läuse. Na gut, auf jeden Fall müssen wir sie zuerst fangen. Wir können nicht mehr zulassen, dass die Menschen krank machen. Läusefänger, los geht's. Ja, und was muss ich jetzt machen? Die vom Abgrund verseuchten Fuligustonläuse werden von speziellen Ummantelungen geschützt. Oh, excuse. Die bevor sie brechen, verhindern, dass deine Angriffe die Kraft des Abgrunds verringern. Sobald die Ummantelung einer Laut gebrochen ist, wird diese betäubt, wodurch jeder Angriff der Figur eine bestimmte Menge an Kraft des Abgrunds verbraucht. Mit nachtsseelenversehnte Angriffe oder hochfrequente Angriffe brauchen dabei schneller die Kraft des Abgrunds. Wenn man Xylonen's Insekten netzen innerhalb der Reichweite, in der sie einen Effekt ausüben kann, einsetzen kann, einsetzt, kann man die Ummantelung deutlich beschädigen und die Läuse bewegungsunfähig machen. Angriffe von Figuren können die Ummantelung bis zu einem gewissen Grad schwächen. Mit nachtsseelenversehnte Angriffe können diese noch effizienter durchbrechen. Ey, das ist zu viel. Sollte ich jetzt... Xylonen ins Team extra nehmen deswegen? Oder verstehe ich das falsch? Was muss ich machen, sagt es mir? Und jetzt? Ey, die macht sogar Schaden, ey? Nix da! Bring it! Haut ab! Wo willst du schon Ideen, hä? Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Komm, komm! Oh, ja! wieso ist er nicht ich fange ich check das nicht muss ich erst aufschlagen oder wie auch voll daneben voll daneben ich komme ja schon ich komme ja schon hey ich gehe gleich da und ich stecke es nicht was habe ich jetzt bekommen endlich obwohl dieser kerl ziemlich groß aussieht war es ziemlich leicht zu fangen er ist überhaupt dich gefährlich und weiß nur dass er weglaufen muss das insektennetz und die betäubenden bären waren auch sehr nützlich haha aber es ist immer noch eine laus die vom abgrund verseucht ist also können sie die monster anlocken wir sollten immer auf der hut sein ja du hast recht und diese allzu bequemen bären sind einfach nur merkwürdig heimann würde sicher weit weg von etwas leben das paimon verletzen könnte hier ist alles abnormal rakila wir müssen vorsichtig sein hier geht es etwas vorsichtig das wir noch nicht kennen und du klingst wie eine experte heimann hat alles von dir gelernt also gut danke dass ihr mit mir herkommen seit wir haben uns schon um eine bereich kümmert also wird es zeit feierabend zu machen ich hoffe ihr könnt mir auch in den nächsten tagen helfen für dich tue ich alles alles 80 ich bin begeistert alter 210 sekunden regelt so hart gerade ich höre nur wie es klatscht und klatscht auf ein armes fenster ich hoffe mal das wird hier bei euch da nicht so ein hartes rauschen schon mal nochmal 20 sehr schön sehr sehr schön jetzt können wir eigentlich die akku und quest machen würde ich sagen erstmal heilen wir bevor wir akku und quest machen da mit wie hiel mit wie hiel wunderschön und dann holen wir unseren noel wieder rein und jetzt gehen wir jenseits des rauchers unser spiegel kapitel 583 alle namen sind edel warte zwei tage wunderschön nichts leichter als das einer zwei sogar mitternacht kurz nach mitternacht bin ich ready wunderschön wunderschön Es ist hart, wenn es wirklich so schlimm ist, wie die sagen. Und alles ist abiss. Ich glaube, da braucht irgendjemand Freedom. Da müssen wir hier ein bisschen Ordnung reinbringen, hä? Ich glaube, die Bäume habe ich schon. Allerdings alles voll mit den Dingern. Nehmen wir noch schnell die Bäume mit. Die Bäume, die Steine. Dann geht es weiter. Ach so, ist ein Gegner. Aber was machst du alleine hier, Kumpel? Ihr seid auch nur in der Gruppe stark. Und selbst dann nicht. Zu leicht. Alter, hier ist echt alles voll mit den Dingern. Perfekt. Sehr schön. Und jetzt... Zurück zu Nuttlan. Zu Catherine. Na ja. Wo denn sonst? Das ist das. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Adventurer's Guild hat sich in den Augen bewölkt. No worries at all we've always valued the strength of adventurers given the current situation it's vital that we all work together Since we're facing the same enemies. I'll send you the intel. We've collected on the abyss so far then we can take a look at how to coordinate our efforts All right, thank you so much Got any new commissions? Ah, you two have come just in time. I've got some good news. The Pyro Archon has finished assembling her forces and stationed them all across Natlan Given how the abyss has ramped up its activities lately, we can no longer afford to act only after receiving news of an invasion So the Pyro Archon suggested that the scions of the canopy and the adventurer's guild focus on collecting and disseminating intel That way we can stay informed of everything that's happening across the land Once we receive word of enemy activity, we can notify the nearest camp and the stationed forces can take immediate action Das verkürzt die reaktionszeit, ja? Yes, precisely. This should also allow us to focus on gathering information Rather than running around and trying to tackle everything at once Auch nicht schlecht So please also take a chance to relax you two You've been working hard these days And this will be a good opportunity for some well deserved rest Wobei wir waren eigentlich nur in Sumeru. Letzte Zeit So that's the plan We can finally stop and take a break Doch die Bedrohung durch den Abgrund ist noch nicht lange nicht vorbei Paimon knows that! It's not like Paimon just wanted to lay here and do nothing Hat sich aber so angehört Hehehe The movements of the Abyss are always unpredictable There have also been times when it suddenly became more active in the past The people here generally see it as something like an acute natural disaster Wie so'n Blitz oder so'n Tornado da einfach passieren Wie so'n Blitz oder so'n Tornado da einfach passieren Once the disaster is over, everyone will return to their normal lives We just all hope that day will be sooner rather than later Ich und Paimon sind hier Wir regeln das Oh, right Most people have no idea just how bad the situation has gotten in the night kingdom Auch ich hoffe, dass bald Frieden einkehren wird Oh, hey Katina! Are you feeling better now? Ich will nicht sagen, aber Ich höre sie nicht sprechen Muss ich jetzt Katina sprechen? Hehehe, yep Jetzt ist sowieso nicht der richtige Zeitpunkt Um zuhause zu bleiben und sich zu erholen Ihr wollt etwas tun und mithelfen Ich habe gehört, dass der Pyroor Kongriegersammel Die in den entgegengelegenen Gebieten stationiert werden sollen Also bin ich hergekommen, um mich zu melden Sehr beeindruckend Hehehe, ich habe ja von all den Dingen gehört, die ihr getan habt Da alle so hart arbeiten, muss ich auch meinen Teil dazu beitragen Übrigens, Silonen hat mir erzählt, dass er den Auftrag erhalten hat, dir einen aktiven Namen zu schmieden Sie meinte, sie sei bereit und wir könnten jederzeit zu ihr gehen Wow! So wir endlich get to meet Silonen The legendary Forger of ancient names Paimon still can't believe anyone could forge those things Ist es jetzt ein Bug? Oder was da los? Warum höre ich die Katina nicht? Ich habe mal was gehört von einem Streik Von den Voice Actors Und wie heißen die? Aber wie heißt das auf deutsch? Stimmen? Ne Auch Voice Actors? Ich weiß gar nicht mal Synchronsprecher, so heißt es, gell? Auf deutsch Dass sie irgendwie streiken oder sowas Hm Kann es sein, dass sie das deswegen ist? Ja, weil ich höre von ihr nichts Hehe, Silonen ist eine wahre Meisterin Sie kann nicht nur antiken Namen schmieden, sondern auch alle möglichen neuen und lustigen Dinge Sie hat immer einen Stapel von Aufträgen auf dem Tisch, sodass man normalerweise eine Weile warten muss, bis sie etwas fertig stellt In diesem Einzelfall hat sie jedoch ihren Zeitplan komplett über den Haufen geworfen, um deinen antiken Namen ihre volle Aufmerksamkeit zu schenken Wir werden dir gebührend danken müssen, äh wir werden ihr gebührend danken müssen, wenn wir sie treffen Nun, meine Anmeldung als Krieger ist bereits abgeschlossen, jetzt muss ich nur noch auf die Antwort warten, wenn es euch passt, können wir vielleicht zusammen zu Xydonen gehen Es ist mega schwer, ihre piepsige Stimme zu lesen, also Aber ich versuch's Sie würde mich doch nicht ablehnen, oder? Ich meine, ich hoffe, sie würde das nicht tun Hey, have some confidence in yourself, Kachina After all, you're already a victor of the night warden moors Das muss ein Bug sein, oder? Das kann auch nicht sein, dass die ganze Sprechen sie nicht Alle sind so stolz auf dich Aha Vielleicht sollte ich ein Loch finden, in das ich mich verkriechen kann, wenn du alle verstecken kann Also wenn jetzt alle nicht reden werden, dann schließe ich wieder nochmal Ich kann doch meine Stimme nicht so verstellen Da werde ich doch behindert So, geh doch zu den Kindern des Echos Aber ist glaube ich der erste Ist es der erste? Arconquest ohne Stimme Ich glaube echt, das sind diese Voice-Actor, wo die Wie heißt das? Streiken oder so? Ich bin jetzt auf Xelonen gespannt Hör ich die auch nicht? Ja, man hört die nicht Xelonen, ich habe die Person mitgebracht, die einen antiken Namen braucht Sie ist super toll, ich habe schon eine Menge von ihr gelernt Ich kann mich darüber verbürgen, dass sie den Namen eines Helden wirklich verdient hat Ah, ja, so habe ich gehört So jung, und jetzt hast du schon die Reputation Ist nur Kachina verbuggt? Ich check's nicht Warte, sind Sie Outlander? Ja Hallo Hallo No, I mean, I was aware that you're travelers It's just No one told me that you're Outlanders Hm? Du meinst, der Pyra hat dir das nicht gesagt? The only thing she said Is it a new hero have pledged herself to the plan But we need to forge an ancient name To ensure she'd be able to return safe and sound And she did mention That it would be quite difficult to forge an ancient name for them But at the time I thought she was just commenting on my skills But I seem to understand where the true difficulty lies now B-bist du so? I wouldn't go that far I'm used to it really I just Need a moment to process things Unglaubliche The Pyro Archons requests are always difficult to fulfill And we used to argue a lot Honestly, it's probably for the better that she didn't bring this up at the time Wieso? Anyway I can't argue with her if she isn't here And it'd be pointless to take my anger out on someone else Ach, so nice But... Just because I understand her rationale Doesn't make me any less upset After all She must have known that forging an ancient name for an outlander Is an impossible task Schaffst du schon It's impossible? As you probably know An ancient name is a symbol of a hero's sparing glory Which grows even richer and heavier as generations of successors inherited We forge ancient names By engraving the heroic deeds of an individual Who will become the first hero of that particular name I have already seen many heroes I have already seen many heroes Yes I have seen many heroes in their book I have seen many heroes in their book I have the feeling they can all possible But they were all performed outside of Netland Correct? Yep Yeah Then those deeds haven't been recorded by the Night Kingdom To take it one step further Even if you had performed heroic deeds in that land As an outlander Your actions still wouldn't have been recorded by our lands Only memories and experiences that have been acknowledged by the wild Can be used as a basis for an ancient name Oh Even the greatest of craftsmen cannot create something out of thin air you know That's just how it is Seems the way I don't want just anyone to get a name, huh? Maweka of all people should know better than anyone Yet she's still entrusted the task of forging the ancient name to me Oh, Paimon gets it Nobody's happy being asked to do the impossible Why do I feel that this happened once again? I think the last time ended That Xylon just dozens of rounds around the mountains in the near future Ugh, don't remind me Let's focus on how we can pull this off How to achieve the impossible Uh, you mean you're already willing to accept the task? Well, what else can I do? What's happened is already done And it's not like I can outright defy the order of my Archon Wenigstens ist sie, sagen wir Praktisch orientiert? Oder? Oder hat sie einfach keinen Bock zu streiten? Oder denkt sie sich einfach ich muss meinen Job eh machen? Könnte alles sein Oh 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 The order is an affirmation of my abilities Wow Not only has she accepted the task but now she's looking for silver lining? Vielleicht ist das der grund dafür warum sie und der Archon einander so vertrauen Ja mal sehen ob wir mit einem besonderen weg finden das durchzuziehen Wenn wir es wirklich nicht schaffen können wir immer noch mit dem pure Archon reden oder? Oh We heard the voice of a way up when we were in the night kingdom before We even had a whole conversation with her If we can talk to her again maybe we can figure something out together Well, every tribe has their own way up How do we know if the one you met is indeed the best one for us to talk to? Plus Considering the unprecedented nature of this situation I have a feeling that the acknowledgement of one way up alone would probably not be enough Müssen wir die anerkennung aller 6 we are find I don't know that requires a level of knowledge that I do not possess We need to find a consultant who is an expert on all things night kingdom and way up The first person who comes to mind is C. Lolly at the masters of the night wind The one we call granny eats to leave The one we call granny eats to leave Oh, we've heard that name before We used her spirit speaker stone to find Kachina's ancient name A person who can make something like that must be pretty impressive I'm unsure she'd be able to help Still she's older now and quite eccentric It's hard to even book a meeting with her Given that she's constantly holed up in a room and doesn't like to be disturbed Okay I've heard that to get her help you have to be extremely patient with her and know how to keep her spirit up I hate to break it to your butts She will probably not very happy with us Huh Why is that? I mean, didn't she already help you before? And you even managed to save Kachina Well, yeah At the cost of her spirit speaker stone being split into two Huh Huh You know Great go, Maweka. We're already off to a rocky start here In that case, I guess your only option is to try to emphasize that this is an important order from the pyro archon Hopefully, Seatlali would still want to show respect to the archon Hoffe ich auch I'll also write you a letter on your behalf If you can find someone to deliver it and mention some good things about you then that should help too Oh Bitte Bitten wir knitsch den brief zu überbringen Er versteht die ganze situation ist ihr bereits ein vertrautes gesicht Großartig, dann werde ich mich sofort mit ihnen in verbindung setzen Please just give me a moment to write the letter And we can meet up near the statue of the seven later Sounds good! We'll take a stroll in the meantime So, ich mach ganz kurz Pause Ich will wissen ob es ein Bug ist Oder wirklich einfach, dass sie keinen Keinen Ton von sich gibt Unsere Kachina Und wenn ich jetzt aus und wieder anmache Vielleicht klappt es dann Deswegen bis gleich So und wieder zurück Als ich ausgemacht habe, gerade habe ich gleich gegoogelt Aber anscheinend ist es überall so Kachina hat einfach keinen Voice Actor Macht mich traurig Aber ich habe nicht gegoogelt wieso Muss ich mal später mal machen Aber das ist auf jeden Fall bei anderen auch Nach einiger Zeit kommen die Knitsch zu euch Hä Kann ich jetzt auch keine Stimme So treffen wir uns wieder Kachina hat mir alles erzählt Ich werde die Nachricht an die Meister der Nacht zu überbringen Und Kitlali davon überzeugen Und keine Chance zu geben Ich werde dann euch gleich Die Gelegenheit nutzen ihr zu erklären Was mit dem Stein der Sprechenden Geister geschehen ist Und mich persönlich bei ihr zu entschuldigen Entschuldigung Entschuldigung Das ist so komisch Sie spricht aber die zwar nicht Hat das echt mit Streiks zu tun? Ich muss es nachdem Wenn ich hier ausgespielt habe Mal googeln was da los ist Das ist schon in Ordnung Wir arbeiten schließlich alle Für den Plan der Pyro-Arkons jeder hier versteht Wie schlimm die Situation geworden ist Warte 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 Also Kachina und der Traveller wissen auch über den Plan? Ja Ja Weil wir alle gesehen haben Wie ein Held der Vergangenheit vor unseren Augen wieder erschien Und dann sagte Mulani Dass eine unermessliche Menge Wissen und Erinnerung plötzlich in ihr Gehirn überfluteten Der Pyro-Arkons hat alles erklärt als wir uns aus dem Königreich der Nacht zurückkamen Einschließlich das Grundes für den Auftauchen des alten Helden und des Zustandes vom Königreich der Nacht Ja Ja Das ist so komisch Einer spricht einer nicht Dann lieber entweder alle sprechen nicht oder Alle sprechen nicht Ich habe noch eine weitere Information zu verkünden Wir haben noch eine weitere Information zu verkünden Wir haben die Person die Capitano in der Rinnens heiligen Feuers gerettet hat So gut wie identifiziert Sein Name ist Ororan Und auch er ist ein Mitglied der Meister der Nachtwindes Allerdings hat er die meiste Zeit seines Lebens alleine in der Wildnis verbracht Weit weg von dem Stamm Deshalb blieb sein Verschwinden auch unbemerkt Als Kittlali schließlich feststellte dass er verschwunden war Hatte man eine ganze Weile nichts mehr von ihm gehört Das stimmt Ororan war ein Waisenkind Das vom Häuptling der Meister des Nachtwindes und vielen anderen gutherzigen Menschen Seines Stammes aufgezogen wurden Trotzdem hatte er sein ganzes Leben lang einen etwas sonderbaren Ruf Sonderbar? Das ist richtig in dieser Hinsicht haben Ororan und Kittlali Als einiges gemeinsam weshalb sie sich auch recht gut verstehen Aber ganz ehrlich dass die anderen keine Stimme haben Dafür will ich Urgestein als Kompensation Was soll denn das? Derzeit konnten wir noch nicht feststellen Ob Ororan und Fatui freiwillig beigetreten ist Oder ob er dazu gezwungen wurde Kittlali will wahrscheinlich unbedingt beweisen Dass Ororan kein Verräter ist Also werde ich das zum Anlass nehmen Wenn ich mit ihm spreche Also wenn ich folge Sie Ja wenn ihr alle mit der Idee einverstanden seid Wird daraus eine für beide Seiten verurteilhafte Zusammenarbeit Und nicht nur eine einseitige Bitte um Hilfe Auch wenn ich nicht glaube Dass Kittlali die Art von Person ist Die einen Befehl des Pyroakons ablehnt Aber die Zusammenarbeit mit uns Wird ihr helfen sich auf das Wesentliche zu konzentrieren Und sich nicht von den Ereignissen mit Aurora ablenken lassen Gute Idee Ja 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 also haben die keine guten punkte geleistet oder ich hoffe die anderen beiden sehen wir jetzt nicht mehr so oft und die restlichen die wir alle sehen haben alle ihre stimme wieder so Ok. Ah, da müssen wir ein bisschen... Achso, direkt nach Nuttland. Ich dachte, wir müssen jetzt schon ein bisschen reisen hier. Jagdboy. Gute alte Jagdboy. Das ist cool. Das kann ich sehen. Jetzt hat Paimon so viel gesagt. Wenn das ist, was du älter macht, will Paimon niemals älter werden. Oh wirklich? So alt, aber sag mal, so alt sind sie nicht aus. Wer ist da? Wer spricht neben dem Paimon? Oh, keine Ahnung. Ich bin nur ein gründeliger altes Haag, nicht wahr? Komm schon, relax. Ich bin sicher, dass meine Barsche besser ist als meine Barsche. Huch? Huch? Ich bin auch von eurem Seatloli? Deine Grannie Eatsli? Ja, Grannie Eatsli. Aber das ist ein Hinweis von Eatsli, nicht Grannie. Da fehlen ein paar Falten, aber wenn du sagst Jetzt tun die alle ganzen Mangas und sowas wie die ganzen Vapiere, 4000 Jahre alt 11, 10.000 Jahre alt Unglaublich Und du hast dich darüber beschwert, dass der Pyro Arcon etwas ausgelassen hat Tausend Was? 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 Wenn man jetzt so noch denkt Was? 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 Oh Was? U週 Was? Ah, Kai also nix ein bisschen schlechte laune mein gott danke es war nichts über den gesamten Night-Kindern, konstant abzuhren die Kraft des Sacred Flames um die Korrosion aus dem Abyss. Oh, so bist du eigentlich gesagt, dass es noch mehr kräftiger als die Weib der Tribes ist. Das macht irgendwie Sinn, als der Herr des gesamten Night-Kindern. Äh, nicht genau. Es ist nicht so, dass einer mehr kräftiger als der anderen ist. Aber es geht nicht, das ist nicht wichtig. Es dauert zu viel Zeit, um zu erklären. Hm, Sumeru? Nichts leichter als das. Okay. Es ist vielleicht eine lange Liste, also lieber es zu jemandem, die alle lokalen Vendoren kennt. Sie, Sie, Sie. Sieht gut. Dann gehen wir mit Sieg-Lolly, um die Ororan zu schrauben. Sie, Sie? Pff, die Fatui sind nichts, um zu schrauben. Also bitte, bemerkbar während Ihrer Investigation. Wenn Sie keine Hilfe brauchen, einfach mal findest du mich. Wir haben schon so viele besiegt, mein Gott. Ja, wir werden sicher, es sicher spielen. Ich kann wahrscheinlich, wenn ich meine Statistik hole, mit wie vielen Fatui ich Sieb besiegt habe. Ui, ei, ei, da wird euch schwindelig. Ich habe ganze Armeen wahrscheinlich schon ausgelöscht. Ist es gerade von hier, aber ist sie Eis? Okay. Okay. Oh, so ist es, wie Fatui in seine Haus und ihn verabschiedet hat. Aber warum würden sie ein Kind, der nur seine Tage leben in der Lande und schraubt die Aphid? Er ist nur in seiner 20. Was würden sie mit ihm? Das ist nicht zu sagen, dass ich glaube, dass er totaler Innocent ist, natürlich. Weil er nur derjenige, der von allen in Natlan wurde, muss er etwas gemacht haben, um ihre Augen zu erraten. Okay. Hört sich gut an. No problem. Wir sind Helden, wie du gesagt hast. Wir halten das Feuer hoch in der Nacht. Let's go. Alte Namensnädel. Sehr schön. Dann machen wir den nächsten Teil für morgen. Dann haben wir den ersten Teil der Arco Quest erledigt. Dann recherchiere ich mal, wieso das so komisch ist. Mit den Stimmen. Kenich und Kachina. Ich habe das Gefühl, weil die so kurz noch da sind. Vielleicht deswegen. Und... Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass es an Geld sparen ist. Oder ein Bug. Ich glaube echt, dass es mit dem Streik zu tun hat. Anders kann ich es mir echt nicht vorstellen. Das ist richtig komisch. Ach, schade. Ich dachte, ich könnte dir was kaufen. Sieht aus wie eine Bar. Jan Tazar. So. Zuerst das Wichtigste. Dann machen wir es hier. Holen wir nochmal 20 ab. Oh, 8 haben wir schon. Sehr schön. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Oh, das kann ich sammeln. Ach, ne. Waffe war das doch. Glaube ich. Was heuteابpei. Man kann das aufleveln. kann ja was die einwand dafür die schlechte 20 jaja die hier was genau eis und wasser wüsste ja eis brauchen wir nicht unbedingt kate hara ist besser als xia new das steht schon mal fest ach so das war das level mit dem riesenroboter ja das kriegen wir noch hin nichts leichter als das ö 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 du 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 da noch mal zweimal schalt nicht da habe ich ein elektro ja hat mich viel abgezockt da noch ein bisschen weg mit dir eehh knappe minuten Schauen wir gleich mal, wie viel ich mein Schwert aufleveln kann. Die Dinger fehlen auch noch. Auch von den Dingern, das ist ja blöd. Ich hab die ja gar nicht, das bringt ja gar nichts. Wenn ich die ganze kauf, verballere ich noch mal ein gutes Zeug. Ah, das ist ja blöd. Man gibt's die ja nur dort. Und das sind nur noch 30 Stück. Das heißt, ich kann nicht mal genug kaufen für dieses Level. Und das ist ja noch einmal. Das brauche ich. Was ich nicht alles tue für so ein Schwertchen hier. Jetzt bin ich schon bei 60. Oh ne. Da fehlt mir eins. Lila und 12. Jetzt habe ich schon zu wenig glaube ich. Ja noch 6. Das ist blöd. Das ist blöd. Aber. Schon mal ein bisschen besser geworden. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Aber wenn ich das Ding eh nicht habe, lohnt es sich nicht das zu machen. Dann mache ich lieber was anderes. Dann mache ich doch lieber was anderes. Das braucht eigentlich Xelonen zum aufleveln. Oh, da unten. Ich habe mich noch gar nicht mehr gesehen. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Was für ein Ding ist. Zehn Stück. Komm mir schon. compelling. Wo ist der letzte? Große, hä? Genau mal weg. da bleib ich weg die habe ich früh nicht gemacht mir komisch ich glaube teleporter war ich auf jeden fall schon wahrscheinlich mit dem neuen kann ich mir alles nicht vorstellen das sind so kleine pinguine und capybara so wie die heißen aber wie komme ich denn da runter aha schon erledigt wunderschön ins geilste bei jedem boss die teleporter eigentlich haben bei dem auch ist richtig richtig geil ist eigentlich ich hoffe du bist nicht so stark das fliegt genau aber hier und das leben glaube ich gar nichts Oh! Was er jemand? ich bin gar nichts wenigstens nicht geheilt auf jeden Fall die schlimmste Befürchtung ich habe irgendwie komisch aber wenigstens dafür nicht viel ab schon mal ganz leicht oder besser aber den zu besiegen ist ja mega nervig der geht mir grad voll die Bühne Alter voll daneben mein guter Dendro Angriff der hat zuviel Leben das nervt mir grad haupt vor Alter ich weiß immer noch nie was ich machen muss weil irgendwie greift die ganze an aber es ist echt gut dass der nicht so viel Schaden abtritt selber seine Angriffe sind eher billig ich bin einfach nur viel Leben und Nerven das ist mit dem ganzen live points hier allerdings haben wir schon mal drei vierten glaube ich das ist ein bisschen anstrengender und nerviger als die andere mit dem jetzt aber kommt letzte runde die daun katastrophe viel zu viel leben der macht mich fertig so ich brauche nur ein pro tag das ist mir zu viel stress das ist mir zu viel stress wenigstens habe ich ihn jetzt schon mal gefunden was schon mal ganz gut ist was schon mal sehr 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 gut ist noch schon bei 89 sehr schön ich habe die ganze zeit einmal dazu ziehen und mein glück versuchen aber ich spare lieber für nahida lauter zeug hier jetzt sind wir hier unten war hier unten schon war hier diese komische lava wo das gefährlich das gefährlich dass das quest gleich wieder umdrehen das war mir zu gefährlich und jeden anderen mal hin so ich glaube ich kann noch 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 zwei ding machen haupts dinge drücken die figur aus der hochstufen da kommt alles was ich brauche das ist ja geil das haben sie schön gemacht das ist für die future so das ist für falsche richtung eh wieder falsch also hier 80 stets hier auf stand ich habe noch 80 ich genau die kann ich auch machen dann mache ich doch zwei 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 unserer kumpels wo sind die die dinge von 1 diese woche neu habe ich mir diese woche gewohnt Wann habe ich den gemacht? Wann habe ich den gemacht? Richtig komisch. Wann habe ich den die Woche gemacht? Ich kann mich gar nicht erinnern. Hm. Ich habe mich echt gar nicht erinnern. Null. Ich habe mich gar nicht erinnern. Die gute... Äh... Ne, nicht Drachenschreck. Wie ist denn der? Sturmschrecken. So. Drachenschreck. Ich bin da. Bereit. Immer doch. aber er kann noch diese so muss erleben verlieren kontinuierlich und da habe ich mich schon gleich weg easy keine chance kaum andreas ich mache nicht put jetzt kommt er in den super side modus oder soll ich hier 5 sagen wie hell der wird hause weg keine überlebenden da etwa verloren die sie wund der schicht und das ist ja ich habe hier die 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 so wird alles habt so haben wir einmal das gemacht und mache ich ein nebel und wieder mit sich ein raus damit wir besseres zeug bekommen muss jetzt nur einmal machen sehr schön immer schön explosion da komm großer bis letzte alles mit mir was nicht geht perfekt und damit haben wir schon erledigt harz weg ich habe wochenzeug habe ich nicht gemacht muss ich auch langsam machen und es geht eigentlich gerichte und objekte oder was immer da ist gar nicht aber auch kurz die gerichte so kurz das schmied und gerichte noch dass wir das wochending langsam durch klatschen alles was für die woche ist gut 10 von 10 ist sehr schön wieviel denke ich noch uns 2 ja die ganzen fischgerichte kriegen die doch nicht alles hin lieblings essen es fehlt mir gute alte mehl und zucker und zucker und mehl herstellen soll jetzt mal bis zum ende durch gebaut werden haben wir noch sechs stück jetzt noch fünf im petto 32 und perfekt gelacht wenn ich den ich hinbekommen hätte ich glaube ich habe schon 20 jetzt noch 20 schmiedekünste und wir hauen ab perfekt sobald ich alle raus habe gehen wir noch schnell in die kanne und regeln dort noch so perfekt jetzt gib mir einfach zeug hier und lass mich in ruhe stand gut so keep your stuff Alter, er pleite jetzt wieder. Zählt er nicht bei den Reihen, hä? Ach ne, ich hab die zwei vergessen. Hä? Check ich nicht. Check ich nicht. Check ich nicht. Okay. 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 Okay.